Die Explode Smokebird Die Explode Smokebird Ja und wie ihr sehen könnt, rote Rauch, alles ist voll genebelt. Es funktioniert. Jetzt gleich mal den blauen hinterher. Ja gut, dass das jetzt passiert. Gut, dass das jetzt passiert. Wahrscheinlich habe ich diesen Vogel, den Feuervogel, auf die falsche Seite gelegt. Jetzt nochmal die Farbe blau. Ja, das ist ein Trecker. Ja, direkt vor meinen Füßen wieder gelandet. Mega Teile. Also, die richtige Richtung. Man muss quasi die Vögel mit der Schrift nach oben auf den Boden legen. Also so quasi. Jetzt haben wir hier noch einen. Und der will nicht. So ein Schrott. Da ging wohl der Fahrtverbrenner etwas spät auf. Aber auch ganz lustig. Jetzt muss ich echt sagen, die megatolle und der Flügel ist abgebrochen. Megatolle Neuheit 2019-2020 von Explode.